Grüß Gott, liebe Damen und Herren, ich freue mich, dass ich Sie am Abend unseres Pfarrfestes noch über Facebook begrüßen darf. Wir haben einen sehr schönen Tag gehabt. Viele Leute waren da und haben uns den Gottesdienst mit uns im Neuklostergarten mitgefeiert und den ganzen Tag hier mit der ganzen Familie verbracht. Das ist schön, dass Pfarre eine solche Familie sein kann. Besonders einladen möchte ich Sie am kommenden Donnerstag zum Fronleichnamsfest. Fronleichnam, das Fest, wo wir Gott in unserer Mitte durch unsere Stadt tragen. Das feiern wir am Donnerstag hier im Neuklostergarten und von hier geht es zum Dom. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Alles Gute, einen schönen Abend aus dem Neukloster.